So, da wären wir wieder. Und dieses Mal werden wir verdammt noch mal nicht in Stacheln sterben. Und schon gar nicht auf Ebene 1. Und dich spielen wir überhaupt nicht. Wir spielen... Nee, du. Nee. Wir spielen... Dich. Du bist... Cool. Und so. Und das ist ein Schlafhut. Okay. So. Gleich eine Schlange, du du bist, Ding. Zeigen. Oh, ich höre eine Blurline. Da. Okay, wir merken uns relativ weit oben rechts. Ist da noch was? Komme ich da hin? Nein. Aber es ist egal, ob was da ist oder nicht. Sproing. Und hier könnten wir schon zur Blurline kommen. Wohl auch nicht. Ist das gemein? Okay. Keine Spinne oben? Nein. Nix drin. Nix drin. Irgendwie auch beim letzten... Bei der letzten Daily schon. Die Vasen waren irgendwie alle... Okay, ich habe nichts gesagt. Einfach nur meckern. Das war risikoreich. Und ich traue der Peitsche nach oben nicht. Und das... Ja. Aus gutem Grund traue ich der Peitsche nach oben nicht. Mist. Wir kommen schon wieder nicht an die Blondine ran. Müssten da zwei Bomben aufwenden. Das ist nicht gut. Aber ich brauche die Blondine. Ich habe Schaden genommen und für das nix. Okay, also go, go, go. Wir müssen nach oben. Müssen wir uns hier durchsprengen. Genau, hier. Eins. Ein bisschen Gold gibt das nochmal. So, zwei. Dann brauchen wir gleich unbedingt eine Kiste oder einen Shop, der Bomben verkauft. So, ja, du musst nicht mehr durchgehen. Help, schreien. Wir sind schon da. Hier durch. Wollt auf dich rauf, springen, verdammt. Das ist kein guter Anfang. Wenigstens haben wir schon mal mehr als 4000 Gold. Das hatten wir letztes Mal. Noch eine Bombe. Wenig noch eine Bombe ausgeben. Und Geist kommt auch gleich. So, du musst da weg. So, wir haben Gold beschmissen. Ist okay. Ihr wollt mich alle verarschen. Okay. Okay, okay, okay. Ich versuche noch ein, zwei. Das Spiel hat mich nicht lieb heute. Also, zwei Herzen verloren. 13.000 Gold gemacht. Knutschi. Keine Bomben mehr. Auch Seile haben verbraucht. Also, oh, Bomben. So. Bomben hätten wir schon mal. Seile, nicht ganz so viele. Das ist doch nicht wahr. So. Klappe zu, Affe tot. Was zur Hölle? Ich habe den Stein, den ich geschmissen habe. Den einen doofen Stein, um die Falle auszulösen. Der ist genau so geflogen, dass er ihn hier erwischt hat. Wie unwahrscheinlich ist das? Von Fallschaden. Von Spinner und überhaupt. Ihr merkt schon, heute habe ich keinen guten Tag noch wieder. Aber ist egal. Wir machen das Beste draus. Und wir wollen die Schrubbwinde haben. Wir müssen mich jetzt jeden Shopkeeper umbringen, den wir sehen. Dann sind wir auch raus. 12.000 Gold. Drei Lebenspunkte. Genug Bomben haben wir inzwischen. Seile ist so ein... Moment mal. Ah, okay. Oh, warte mal. Da hat ich noch was geschrien. Ne, okay. Ja, ja, ich höre dich. Du bist definitiv tot. Und da ist ein Küsschenstand. Oh, der wird mich eh töten. Das heißt, ich kann sie entführen. Ich kann sie aber nicht immer und immer wieder mich küssen lassen. Äh, küssen lassen. Okay, ich springe jetzt runter, sobald er sich umdreht, und schieße. Pssst. Oder... Nicht. Mist. Hm. Oh, das sind Seile. Plupp. Bleib mal genau da, wo du bist. Ich stirb bei der... Oh, sehr gut. Hey, ich hab ihn. Oh, da ist noch einer. Hast keine Schrotflinte mehr. Oh. Ey, ey. Was? Also, der alte, glatzköpfige Mann hat mich mit bloßen Fäusten niedergeschlagen, mir die Schrotflinte abgenommen und mich mit einer eigenen Schrotflinte erschossen. Und das Ganze in einer halben Sekunde. Ja, ist echt krass. Ja, Platz 5. Okay. Ähm. Wir machen eine ganz normale Abenteueraufgabe. Ich... Also gestern mit dem auf Level 1 in die Staffeln springen war schon doof. Jetzt der Anfang hier war auch nicht viel besser, mit gleich zwei Lebenspunkte verloren. Und der Stein. Also, ja, Steine können manchmal komisch fliegen und so weiter, aber dass er genau so fliegt und nichts im Weg ist und alles, dass er den Shopkeeper trifft. Ja, sei's drum. Jetzt haben wir aber noch Spaß und versuchen, das Beste draus zu machen. Zeugen. Du kommst mit. Hier ist nie... Stacheln. So, Blondine irgendwo? Nö. Ah, leop. Oh, oh, oh. So. Hopps. Ah, sehr gut. Hier ist schon mal eine Kiste und Edelsteine. Und, oh, ja, sehr schön. Spinnen, die sich selber umbringen. Alles super. Komm her. Peitsch, peitsch, peitsch. So, wir würden gerne hier runter. Und da sind Bomben drin. Ja. Warum kann so die Dalyk immer sein? Ich meine, hier sind so viele Kisten und Truhen und Gold auf dem Boden und was weiß ich. Das ist abgefahren. Ein Fallschirm. Sehr schön. Sind jetzt schon über 10.000. Und nicht mal halb durch. Komm ich da unten irgendwo hin? Ja, irgendwie hin. Nein, muss ich mich sprengen. Okay. Sprengen wir uns hier. Ausgelöst. Aufgemacht. Noch mehr Bomben. Ach, wie geil. So. Kommst mit. Kommst mit, kommst mit. Kommen wir hier so wieder raus? Ja. Komm her. Ich habe gar nicht geguckt, ob Blondin Stacheln sind. Wow. Ich sollte nicht auf die Blondine gucken, sondern auf die Schlange vor mir. Das Ganze für 1.500 Gold. Das ist überhaupt kein guter Deal. So. Falsch. Viel Gold. Gut Bomben. Lebenspunktversorgung ist nicht so schön, aber wir haben Küsschen bekommen. Ist alles gut. Das ist gemein. Das ist auch nicht viel besser. So. Den Shop da oben kann ich wohl erstmal knicken. Eine Tür. Dein Schlüssel. Wo wollen wir denn lang? Hier schaut gut aus. Kommst du jetzt noch mit? Edelstein, komm mit. Ich gehe nicht darunter, wo der Schlüssel war, aber da ist eine fiese, fiese, fiese... Genau. So, was? Wo ist die Truhe? Äh, okay. Dann bringen wir dich schon mal weg. So, und suchen wir die Truhe mit dir und die ist hier gar nicht. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit, denke ich, bis der Geist kommt. Wir sind ja ganz gut durchgekommen. Hier irgendwo. Da ist sie, okay. Sprung. Und das Horus-Ding. Feitsch. Komm, jetzt aber langsam weilen. Weil, 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 weil. Und noch mehr Edelsteine. Sehr schön. Also, wo geht's runter? Da geht's runter, da geht's runter. Zwei. Äh. Durchnehmen wir mit. Und welcher bringt eigentlich mehr? Der blaue oder der grüne? Du bringst 1200. So. Erstmal freiräumen. Du bringst 800. Okay, also die blauen sind wesentlich besser. Und die rot, glaube ich, noch besser. Also grün, blau, rot. Und dann weiß, die Diamanten. Aber das ging nur mit dem Geist. Und das ist mir viel zu risikoreich. Wenn man ein Jetpack hat vielleicht, dann kann man die ganz gut verarschen. Au. Da will ich hoch. Hehehe. Ach ja. So. So. Oh, Edelsteine. Oh, maß. Aber wir haben nur noch vier Bomben. Und nur noch ein Seil. Und noch drei Bomben. Da oben wäre eine Kiste. Da kommen wir aber nicht mehr hin. Richtig. Richtig. Da müsste man sich... Obwohl, warte mal. Ich riskiere ein bisschen was. Das ist hier eh nur eine ganz normale Mission. Plupp. Und hoffen wir einfach, dass hier in der Kiste Bomben sind. Tada. So. Noch mehr Edelsteine. Wobei, wenn die Kisten eigentlich inzwischen lieber sind, als die Truhen. Bei den Kisten ist was Nützliches drin. In den Truhen nur in Anführungszeichen Gold. Oder Edelsteine. Oh, 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 oh. So. Du kommst mit. Sproing. Wart mal hier. Wo ist der Ausgang? Keine Ahnung. Nicht hier. Irgendwo rum. Da. Hier zum Beispiel. Au. Ähm. Das war laut. Okay. Und das sind viel zu viele. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das hätte auch ins Auge gehen können. Stacheln und so. Au. Ja. Und Vasen niemals. Vorsicht. Ich kaputt machen. Feitsch, feitsch. Mitkommen. 59.000. Das ist ordentlich. Dafür, dass wir immer noch nicht im Dschungel sind. Das heißt, wenn wir es bis zum Schwarzmarkt schaffen würden, könnten wir richtig Reibach machen. Also was Ausrüstung angeht. Ich hätte immer noch gerne Sprungschuhe, Kletterhandschuhe. Oh, eine Spitzhacke. Ist hier schon der? Ne, da drüben ist der Schlankentunnel. Äh. Äh. Nie so schön. Komme ich von hier aus? Oh. Ist doch der richtige Tunnel. Wisst. Okay. So weit, so gut. Okay. Alles kaputt. Wir hätten gerne die Spitzhacke. So. Dann hätten wir schon mal gerne einen Ausgang. Dann hätten wir gerne dich. Wir würden gerne das Master hinten ist. Nichts. Hier kommen wir nicht hoch. Das heißt, wir müssen irgendwie... Ja, hier kommen wir auch nicht hoch. Komm her. Wir haben kein Seil. Wir kommen niemals nicht hoch. Wir können auch nichts ordentliches weg. Hauen. Da drüben ist auch nichts. Nö. Wir müssen jetzt aus dem Level raus. Das ist nicht so schön. Kein Küsschen. Keine Schätze. Keine Bomben. Kein gar nichts. Oh. Die hätten wir ganz gerne. Wir haben nur das Auge des Horus. Also müssen wir noch einig den... Mist. Ich muss daran denken, dass ich keine Dinges mehr habe. Oh. Ping. Ich habe eben gerade einen Ping gehört. Sehr schön. Ich bräuchte aber eigentlich Seile. So. Ich springe mal weg. Oh. Okay. Hm. Bomben. Den nennen Sie das ganz nett. Oh. Sing. Ich mag einen Tiki fallen. Da ist die Blondine. Wieder mal so ein netter Ort, wo man nicht so ordentlich hin kann, ne? Wir haben unsere trusty Spitzhacke. Das passt schon. Sing. Sing. Zzz. Oh. Ping. Moment mal. Da ist ganz schön viel in die Luft geflogen. Das muss hier oben irgendwo sein. Da bei dem Schrein. Wo wir nicht hinkommen, weil wir kein Dinges haben. So. Zzz. Hier kommen wir auch wieder nicht raus. Außer wir machen das hier. So. Was zur Hölle macht der Frosch da? Äh. So. Zzz. Tut mir leid. Ach du. Das war nicht geplant. Das war absolut nicht geplant. Klopp. Klopp. Hehe. Ja. Kein Seil. Kommen wir da von oben irgendwo an? Ne. Das ist doch doof. Wir haben ganz viel Gold, das wir ausgeben wollen, aber wir haben keine Möglichkeit rauszukommen. Lässt mal wieder Terrorist. Ne. 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 Oh oh. Du kommst nur noch auf falsche Seite, Junge. Das war sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp. Ja. Schade. Kein schwarzer Markt. Aber hat wohl nicht sein sollen. Aber hat wohl nicht sein sollen. Wir brauchen echt dieses. Sie haben sich in die Luft geflogen. Wir brauchen echt die Seile. Komm schon. Hier unten in der Zeug. Eine Bombenkiste sogar. Das ist doch schick. Und kaputt. Also. Oh. Oh. Hallo, Götze. Wir haben 26 Bomben. Da kann man richtig... ...richtig viel Unsinn anstellen. Und was zum? Geier ist da gerade explodiert. Oh oh. Warum kann ich nicht... Ah doch. Also man kann unter Wasser peitschen, aber das ist tierisch doof. So, da ist noch eine Kiste. Ich hätte aber eigentlich ganz gerne eine Blondine. Oh oh. Das war zu... Genau. Das ist vollkommen... Oh oh. Na gut. Wozu haben wir so viele Bomben, wenn nicht zum Verschwenden? So, jetzt gib mir bitte Seile. Ein Kompass. Okay, wir hätten gerne dich wieder. Wir würden dich gerne ab... Oh, weg hier. Wir würden dich gerne abliefern. Wir würden gerne wieder zurück. Und wir haben wieder keine Möglichkeit hochzukommen, oder? Doch, warte. Wir können uns hier zurückspringen. Da oben ist die Blondine. Können wir uns da hochsprengen? Du Waffe. Nein, 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 nein. Gepfehl. Ich bin zu nah an eine Tiki-Falle gekommen. Das ist so nicht ganz richtig. Wir sind zu nah an eine Tiki-Falle gekommen worden. Aber gut, lief wesentlich besser als die Daily. So, klar hätte besser laufen können, aber es hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als die Daily. Da waren am Anfang zu viele Fehler drin. Aber gut, vielleicht läuft es ja morgen besser. Und wir sehen uns dann. Bye, bye. 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 Vielen Dank.